Die Suppe ist ganz nett. Die Bananen nehmen wir auch, aber erstmal liegt es hier dran. Das geben wir eben alles. Obwohl das nicht. So, noch macht das. Snow-Sherry-Cake. Haben wir wahrscheinlich genug Geld, dass wir das da bezahlen können. Den Fisch nehmen wir auch noch mit. Ja, lassen wir so und fertig. Können wir auch einen schneller machen. So, hier oben war schon dann soweit erstmal wieder klar. Oh, guck mal, wir können dann auch ausbauen für Helden. Wir haben sieben. Und es sind auch nur sieben Zimmer da. Ja, also... Mann, jetzt muss ich immer husten, ne? Das bedeutet, wir müssen noch weiter ausbauen, ne? Ich glaube, wir machen mal hier ein Treppenhaus hin. Da soll auch eine Mauer hin, oder was? Oder wofür ist das hier? Mach das mal so, so weg. So, und hier kommt ein Treppenhaus dann hin. Dann müssen wir hier aussuchen. Ne, das war verkehrt. Da ist richtig. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war, ne? Der war das, glaub' oder? Wie bauen wir das denn da hin? Das ist die Frage, ne? Hier. Müssen wir das so machen. Ja. Ja, gut geklappt mit der Shift-Taste drücken und so, ne? Die Kerze muss da weg. Unlock. Jetzt können wir wieder einen Stein aussuchen. So. Da müssen wir Mauer machen. Da auch. Und da kommt eine Tür hin. Eingang sozusagen. Dann machen wir hier noch. Die Mauer nach da. Er holt auch Steine, glaub' ne? Oder war das nicht? Weiß ich jetzt nicht. Wenn die Kerze weg ist, geht's dann besser. Aber naja, das dauert wohl wahrscheinlich noch dauern. Diese beiden Steine müssten auch weg. Ist die Frage, ob die einer weghebt, ne? Haben wir Steine noch ausgewählt? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch so. Dann klappt das schon mal. Und da definitiv auch zwei drauf. Ja, die drei Steine, dann müssten weg auf jeden Fall zwei davon. Da kommt wieder einer. Da kommt wieder einer. Und noch einer. Und da kommt jemand. Zwei oder so. Keine Ahnung. So, da. Ach, da liegt auch ein Stein. Deswegen geht das nicht. Na komm, machen wir jetzt weg. Dauert mir zu lange. Darauf zu warten, bis die das machen. So. Dann ist gleich zu. Äh. Der kann da schon hin. Der auch. Da müsste dann eine Tür hin noch. Der kann da auch hin. Der kann da auch hin. Okay, dann geht das auch. Kommen wir hier lang, ne? Ja. Sollten wir. Kann mal so zumachen dann, ne? Die Kerze geht nicht weg. Das passt schon. Hier kann auch rüber zu. Ja. Weil da drunter ist die Tür dann, die wir noch bauen müssen. Die Tür ist bei den Möbeln. Haben wir die ausgewählt, ne? Da. Und Treppe. Aber bei den Werkzeugen da. Hier haben wir sowas noch nicht, ne? Gut. Ja, die Kerze geht jetzt nicht weg, ne? Lass uns gerade eine Kerze aussuchen. Stellen wir die mal nass hin und fertig. Ja, warte mal. Die steht da an dritter Stelle. Das würde bedeuten... Hier kann eine Kerze hin, ne? Vielleicht bringt die jetzt so einer rüber. Sieht nicht so aus, wollte ich gerade sagen. Aber da ist doch einer gelaufen und hat die da hingestellt. Wunderbar. So, jetzt nochmal zurück. Auf zu den Steinwellen. Da muss dann auch eine hin. Bis da. So, da kommt eine Treppe hin. Dann. Ich spiele das irgendwie in Pause. Kann das sein? Sitja. Ah, da kann man das vergessen. Brauchen wir nichts mehr machen, ne? Hier ist das Haus und dann lass uns hier erstmal noch ein paar Zonen machen. Ah, Tavernum, ne? Doch, Tavernum ist richtig. So. Okay. Der geht auch noch. Aber hier muss ich überlegen, ob ich noch einen hin mache, ne? Ach, wir können da hinten auch einen rüber bauen. Passt schon. Machen wir erstmal so. Treppe ist noch nicht da. Treppenabsatz ist aber schon gebaut. Da. Kommt dann einer nicht hin. Der müsste. Da kommt die Schräge hin. Haha. Treppenhaus ist zu niedrig, wa? Das ist schon hier. Dann. Passendes Niveau, ne? Puh. Da kommt die Treppe erstmal schon mal. So, da kann man jetzt hoch gehen. Auf den Absatz. Dann zurück. Hier käme er hoch. Wird aber nicht klappen, weil er rechts ja... Das heißt, wir müssen hier nochmal was ändern. Die Geschichte war falsch. Na, jetzt wenn man anlockt. Das hätten wir nicht machen müssen, ne? So, jetzt nochmal auf ein neues. Hier muss die Wand hin. Die holen die alle. Anlock. Der letzte musste nicht. Ist jetzt aber auch egal. Und der erste musste auch nicht. Das war Blödsinn, ne? Kann man auch so machen. Und den kommt jetzt keiner dran. Oder wie sehe ich das? Ach doch, der war schon vielleicht gar nicht verkehrt, den zu anlocken. Ist ein bisschen schwer zu sehen, wo das jetzt wie ist, ne? Und es wird jetzt auch noch dunkel. Mal gerade hier einmal in die Soldiers reingucken, damit die hier drei Elvans sich bekleiden, ne? So. Ich weiß jetzt nicht, wie wird das ausgewählt. Machen wir lieber nochmal. Da war die Tür, ne? Die müssen weg. Tja, da laufen sie und laufen sie. Da. Keinen ausgewählt. Einer liegt da noch. Da kommt keiner und holt den Stein, damit er einen Neuer gebaut, ne? Genau so ist es. Okay. Dann halt nicht. Mach das mal zu. Gucken, ob das klappt. Und sehe ich gerade, dass da noch eine Person ist, die da oben wahrscheinlich gleich noch vor Ort. Schnell den Stein gebaut, in der Hoffnung, dass der dann auch kommt. Und? Okay. Na komm schon. Können die da nicht hinbauen? Boah, warum nicht? Geht's ja jetzt. Close Menu. So, den nochmal weg und dann nochmal hin. Jetzt hol mal einer den Rotgeäxten da. Stell den da bitte mal hin. Das klappt schon mal. Und dann auf diese Etage auf jeden Fall auch noch einen drauf. Die Person von Gott da immer noch. So, jetzt klappt's ja mal. So, jetzt müssen wir gucken, wie das wird. So, da muss noch einer hin. Da wird auch gerade gebaut. Dann kann da auch noch einer hin. Ja, da kann noch einer hin. Da muss jetzt eine Treppe hin. Da. So, dann kommen diese Personen auf diese Ebene. Und... Na ja, wir müssen erst die Treppe sehen, glaube ich. Dann ist das einfacher. Mauer. Ja. Warten wir uns ab, oder? Ich sehe jetzt aber keinen Treppenbauer. Ja. Das ist ein bisschen schade. Da geht die Treppe hin. Dann stehen die auf der Mauer. Ja. Und dann muss da noch einen Stein hin. Glaub ich. Dann müssen wir... hier noch was rüber bauen, oder? Sehen wir dann gleich. Treppe kommt. Die ist richtig. Und da muss jetzt noch eine Treppe wieder hin, ne? Ich glaube, dann haben wir es geschafft. Ne, das war verkehrt. Da gibt's die Türen. Hier gibt's die Treppe. Ne, haben wir jetzt nicht ausgesucht, oder? Gut. Und dann ist man in der Etage. Und dann könnte man ja auch da lang gehen, ne? Dafür müssten wir dann einen Überstand bauen. Weil wir ja letztens überlegt haben, wo gehen die da rüber. Nochmal. So. So, dann sind die da erstmal beschäftigt. Dann gibt's noch einen Stein, dann ist das auch zu. Und dann können wir hier auf jeden Fall einmal Langholz machen. So. Ah, der Stein kam jetzt nicht nach da. Da lang. Da lang. Und dort lang. Und bis dahin. Bis dahin. Da. So. Jetzt müsste man wissen, aber ist auch egal wie rum. Da. Und so. Dann passt's. Ja, gut. Okay. Aber die Folge ist schon wieder lang. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.